Arfutur 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 Guten Tag, ich möchte Ihnen unser Projekt Arfutur vorstellen. Unsere Mission ist es, jungen musikalischen Talente dabei zu helfen, ihre Träume zu verwirklichen. Wir schaffen musikalische Möglichkeiten, stellen grossartige Künstler vor und ermutigen Kinder, in der Welt der Musik zu wachsen. Arfutur baut musikalische Brücken zwischen Ländern, Talent und Herzen und inspiriert und entwickelt die Zukunft der zukünftigen Musiktalente. Unsere vier jungen Talente Leo ist ein Genie von nur neun Jahren auf dem Klavier, emotional und doch majestätisch. Kai ist ein 13-jähriger Giga-Virtuos, intensiv und inspirierend. Ray, ein 11 Jahre alter Cello-Magier, durchdringt und schafft eine unvergessliche Atmosphäre. Lukas ist ein 12-jähriger Klaviermeister, harmonisch und leidenschaftlich. Diese vier Wunderkinder haben ein aussergewöhnliches Talent und eine Leidenschaft für Musik. Arfutur 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 mit grossen Ergebnissen. Seit 12 Jahren bringen wir aussergewöhnliche Künstler, junge Talente, Kulturliebhaber und Feinschmecker an verschiedene reizvolle Orte von unserer Region Biel und dem Berner Jura zusammen. 12 Jahre, das bedeuten 113 Konzerte und 11 Ausstellungen. 38 junge Wunderkinder, 229 Künstler, jede Menge Emotionen und Positivität. Wenn Sie sich entscheiden, das Arfutur-Projekt zu unterstützen, erwarten Sie folgende Privilegien. Sie bekommen exklusive Einladungen zu Konzerten. Sie haben die einmalige Gelegenheit, die jungen Wunderkinder von Arfutur persönlich kennenzulernen. Sie werden zu von uns organisierten Sonderveranstaltungen eingeladen. Sie erhalten personalisierte Geschenke und exklusive Souvenire. Werden Sie Teil von unserem Arfutur-Projekt und helfen Sie uns, unsere Träume wahr werden zu lassen. Lassen Sie uns eine gemeinsame Welt aufbauen, wo die Musik und die jungen Talente gedeihen. Jap Joeusz ... ... … Vielen Dank.